Moin moin und willkommen zurück zu Uncharted 3. Wir haben in der letzten Folge jetzt endlich doch nochmal dieses blöde Rätsel hier lösen können und gehen jetzt hier rein in die Grabkammer des Ritters, der hier früher in so einem Schloss in Ostfrankreich gelebt hat. Sully wartet schon ungeduldig. Vorsichtig. Und durch. Lord Godfrey vermutlich. Höchstpersönlich. Lord Godfrey von Gryffindor. Das ist es. Hier, halt mal, ja? Klar. Sieh mal. Eine Art Amulett. Hier steht etwas. Du machst das also direkt auf Landseller, was? Mhm. Das ist Sabiisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja. Genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Und vielleicht der Name einer Stadt? Ja. Vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Hinschrift suchen? Hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja. Und dass Katha und Chloe sie finden. Katha und Chloe sind schon in Syrien hervorgearbeitet. Wir haben uns ja aufgeteilt hier als Team. Und ich, also Drake und Sully, besser gesagt, sind ja hier in Frankreich. So. Wir haben also einen Teil des Amuletts. Das würde ich lieber nicht tun. Ach, shit. Hervorragende Arbeit, Gentleman. Harris. Nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm schon, Nate. Was ist das? Oh mein Gott. Was zum Teufel. Spinnen. Es sind Spinnen. Bleib im Licht. Nehmen Sie es. Schnell. Weck von mir. Ah, 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 ah. Blicken. Ah, nein. Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit. Was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen ja so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Oh, Backe. Bei Sully bleiben. Er hat das Licht. Verdammt, diese Fackel geht aus. Im Licht bleiben. Wir müssen den Weg raus. Wir müssen den Weg raus. Wir müssen den Weg raus. Warte. Da oben. Kinder. Leuchte mit der Fackel. Komm schon, Sully. Los, los. Jetzt wissen wir, was mit dem Typen von Talbot los ist, den wir gefunden haben, der so ausgelaugt war, die Leiche. Es waren diese Spinnen. Wow. Kamera mal wieder aus der Vordersicht hier. Komm schon, wir müssen los. Los. Steh auf. Komm schon. Bäh. Bäh. Wir kriegen Schaden. Wir kriegen übelst Schaden. Nein. Nein. Und dann macht Sully auch noch die Tür zu. Toll, Sully. Du bist ein echter Freund. Schnell da. Na. Oh, jetzt aber Tür zu. Die krabbeln einfach durch. Jetzt wissen wir, warum die Tür vorher zugesperrt war. Die Dinger sollten da nicht raus. Ja. Und ich bin zu langsam. Bäh. Fully a mich. Ay, ay, ay. Oh, hier. Wow. Alter. Mach sie weg. Mach sie weg. Okay, alles klar. Wollen wir mit? Ja, ich bin mit. Alles klar. Bist du okay? Die beste Idee, Leute. Die beste Idee, die ihr heute hattet. Nicht da reingehen, ey. Ja, ja. Hier sind's Spinnen. Bei Indiana Jones waren's Schlangen. Es ist beides schlimm. Versuchen wir uns ja immer durchs Haus zurückzukämpfen. Ja, das sieht immer noch gut aus, wie das alles so zugewachsen ist hier drin, ey. Das ist so gut. Toll. Das ist kaputt gemacht. Ja. Oh, komm mal, wie romantisch hier. Ein Bad mit Pflanzen da rum. Richtig modern. Biologisch angerichtet. Das hier sieht doch gut aus. Kann ich rumklettern. Dann kann ich über den Kronleuchter... Aber ich muss erst nach oben. Wie umständlich. Na, guckst du mal? Muss ich vielleicht da hin erstmal. Ja, da ist es besser. Wow, 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 wow. Hoch? Das geht gleich runter, Mann. Das war's. Der ist weg. Der Kronleuchter ist weg. Ist klar. Ist klar. Anders als gedacht, aber der Sully, der freut sich. Der freut sich, dass er hier nicht klettern muss. Los, Kanister ausschütten. Vollständig. Was machen die da? Fockelt hier alles ab. Oh nein. Die wollen alles niederbrennen? Oh mein Gott. Und ich hab auch noch den Streifschuss am Arm, ey. Zum Glück hindert der mich nicht am Klettern. Oder verlangsamt mich. Die wollen hier alles niederbrennen. Wir werden beschossen. Da unten ist auch einer. Ich kann nicht schießen, wenn ich hier an der Kante stehe. Nichts Feuer legen. Nachladen. Alter. Ich muss hier klettern, Leute. Wie soll ich denn da noch auf euch schießen? Wie hängt denn der da? Dein Gesicht brennt. Aber der ist eh tot. Naja. Boah. Werden wir festgehalten? Lass mich los hier. Kopf los kriegst du. Oh, Granate. Und weg. Der geht hoch. Der geht hoch. Ich hab's gesagt. Na. Kommst du mal her. Ey. Wie ist denn Schelle hier eben? Und Tritt. Und Tiger Upper Cup. Die kommen auch noch weg. Oh, Granate. Weg, 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 weg. Ui. Oh, war das knapp. War das knapp. Die müssen den Balken, den Balken machen. Nicht klettern. Gehst du mal wieder runter? Jetzt aber. Zieh! Jawohl. Hoffentlich hält der auch sein Gewicht aus. Sully, das kann auch ein bisschen schneller gehen. Da kommen nämlich hinter dir welche durch die Tür. Okay, die hab ich. Wow, das Feuer verbreitet sich langsam aus. Die Mission hab ich voll hier, ey. Nein, nein, die will ich nicht. So. Um, um, um. Um. Ich helfe dir hoch. Hilf mir hoch. Jetzt mal die Granate mitnehmen. Jetzt darfst du mir gerne hochhelfen. Nein. Vorsicht, Feuer hinter dir. Verbrennst du dir noch den Arsch, Mann? Ich seh grad keinen Weg. Es muss doch einen Ausgang geben. Wie wär's denn hier? Oder da? Durch die Wand. Hervorragend. Geh durch. Da kann man noch durch. So. Erstmal den Weg vergrößern, weil die sind ja so fett, die beiden. Die können ja da nicht mehr durch. Gute Idee, ja. Erst die Spinnen und jetzt auch noch Flammen. Inferno! Gar nichts ist klar. Drüben? Okay, wir... Ich seh dich auf der anderen Seite. Das sollte man nicht sagen. Ei, ei, ei. Na? Na, 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 na. Hochklappern. Das ist sowieso alles hier schon so zugewachsen und morsch und brüchig und trocken. Das brennt wie... Wie... Wie sonst was, ey. Wie eine Hexe am Barbecue. Wir schwingen! Fang mich! Was ist eine Flammenhölle da unten, ey? Warte, ich helfe dir. Gleichzeitig. Jetzt. Boah! Sauerstoff. Für die Flammen. Nein, das ist ein Dicker. In die Klöten! Kannst du so groß sein, wie du willst. In die Klöten. Das hält keiner aus. Aua! Und... Oh, haha. Kopfnuss abgewechselt. Und nochmal hier. Nochmal. Du hast ja zwei Klöten, ne? Kann man nochmal zweimal reinhauen. Oh. 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 Sag ich dir. Jetzt bleib unten. Un... Unmenschenschläger. Ja. Kannst mal sehen. Komm, wir gehen die Treppe runter. Ich muss noch ganz... Hier runter. Wir haben's gleich. Auf zu dir! Auf zum Atem! Bam, Junge! Okay. Okay, Waffe wechseln. Wir machen die Haustür zu. Ich kann hier rauf. Ich bin oben. Zali ist auch oben. Hervorragend. Da ist die Tür! Oh, 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 oh. Nein. Ja, das war's mit der Tür. Alter, das Treppenhaus ist auch weg. Hoch, hoch, hoch. Wir waren fast... Aua. Wir waren fast draußen. Ja, was soll das denn heißen? Kopfschüsse. Jawohl. Er hat mir geholfen. Danke, Sali. Oh, komm, wir können noch die Zonen mitnehmen. Wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass es hier brennt. Nein, nein, nein. BTF. Alter. Da kommt was runter. Da kommt... Oh. Da kommt was Großes auf uns zu, wollte ich gerade sagen. Dankeschön. Geh schon mal vor. Ich komm dann gleich nach. Beweg dich. Wow, 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 wow. Halt dich da fest. Ich komme. Wenn ich mich auch noch da dran hänge, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich hab dich. Ich hab dich los. Das ist ein scheiß Geländer, wo er drauf steht. Das ist nicht zum Draufstehen da. Ich sag's noch grad. Ich hab's ja gesagt. Ja. Er ist da. Ich hab gewonnen. Durchs Fenster. Vielleicht. Nicht durchs Fenster. Wir gehen noch mal runter. Eine Badewanne. Ich seh nicht. Vier lang. Los. Vier Stunden. Ganz schnell. Okay, es geht weiter. Da sind noch zwei. Oh. Dauerfeuer. Das klappt ja super. Aber jetzt haben ich hier schon wieder die Tür zugemacht. Oben? Da oben. Hier ist die Decke runtergekommen. Das sieht gut aus. Da ist ne Leiter. Einfach springen. Los, Sally. Nein. Komm schon. Spring. Wow. Wow. Der verdammte Tor bricht zusammen. Ja, genau. Zieht euch das rein. Das sieht so gut aus. Oh. Alter, das war, das war, das war, das war eine Action. Nee. Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh ja. Einfach großartig. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Er hat nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaube, ich hab'n Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich-Bin-da-für-zu-alt-reden kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja, und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste. Okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Kannst du mir glauben? Ich will auch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt. Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Kata und Chloe. Sully, wenn sie uns gefolgt sind. Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie bauen. Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Und ein weiterer Gebietswechsel hier von Frankreich nach Syrien. Was ein Schritt hier. Der nächste, äh, in der nächsten Nacht. Guck mal, da waren sie aber schnell unterwegs hier. Verdammt. Non-Stop. Ich will die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbert halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir's nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Kata festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sully. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussiehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Kata und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht? So, Nummer 8. Die Zitadelle. Hier sind wir jetzt in Syrien angekommen. Eine alte Burgbefestigung hier. Müssen Kata und Chloe finden, die hier auch auf der Suche waren nach dem zweiten Amulett-Teil da. Das zweite Stück, wo wir das erste in Frankreich gefunden haben. Von Frankreich kurz das Schloss abgebrannt. Schauen wir mal, wie es hier enden wird. Ob wir hier auch wieder alles in Schutt und Asche legen werden. Nach alter Uncharted-Tradition. Ruinen finden. Schatz, einmal angucken. Und dann Ruinen vernichten. Das war ja immer so. Shambhala haben wir auch komplett zerstört, als wir es gefunden haben in Teil 2. Und ja, hier wird es, denke ich, auch nicht anders enden hier. Wenn wir eben schon wieder das... Na gut, es ist nicht unsere Schuld, dass das Schloss verbrannt wurde. Das waren immerhin Terribles, Leute. Also Leute, in der nächsten Folge geht es weiter. Sully und Drake auf der Suche nach Chloe und Kata in Syrien. Also vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zur nächsten Folge von Uncharted 3 hier auf meinem Kanal. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.